Adeptus Mechanicus. Nein, das ist keine Krankheit und auch kein Zauberspruch. So lautet der Name der Streitkräfte im neuen Warhammer 40k Mechanicus. Ihr nehmt die Rolle des Magos, Dominus, Faustinius ein und befähigt verschiedene Techpriests. Die Level sind wie Dungeons aufgebaut und eure Aufgabe ist es, den Endboss zu besiegen. Je länger ihr braucht, desto stärker wird der Endboss. Zusätzlich zu dem Endboss gibt es auch die Möglichkeit, dass eben Nekromante zum Leben erweckt werden, sodass ihr noch mehr Gegner in diesem Level habt. Blöd dabei ist nur, dass wenn die Nekromanten am Leben sind, ihr die Sprache lernen müsst und ihr dann halt eben nicht wisst, für was ihr euch entscheiden müsst. In der Präsentation haben wir einfach wild rumgeklickt, weil das waren einfach nur irgendwelche Hieroglyphen und auf gut Glück haben wir da halt mal ein gutes Ereignis gehabt. Wenn ihr dann mal auf Gegner trefft, könnt ihr eure Einheiten jeweils platzieren und einen rundenbasierten Kampf starten. Die Techpriests könnt ihr nach allen möglichen Variationen personalisieren. Ihr habt Nahkampfwaffen, ihr habt Distanzwaffen, Pistolen, Flammenwerfer, ihr könnt Support an eurem Techpriest dran machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, also da könnt ihr euch richtig austoben. Es ist immens wichtig, dass ihr auf eure Techpriests aufpasst. Sind alle tot? Ist das Spiel vorbei? Ihr könnt nicht nochmal von neu starten. Solltet ihr eingesehen haben, dass ihr die Mission nicht mehr schaffen könnt, dann müsst ihr den Techpriest einfach evakuieren. Die Mission lässt sich da nicht nochmal spielen, die Story geht dann halt weiter mit einer Enttäuschung. Jede Entscheidung, die ihr im Spiel trefft, hat Einfluss auf das Spielende. Es soll wohl so circa vier bis fünf Enden geben, die ihr erleben könnt. Mich persönlich spricht einfach die Vielfalt des Spiels an. Also ich kann mich eben auf dieser Karte frei, ja nicht ganz frei bewegen, aber zumindest kann ich halt entscheiden. Gehe ich jetzt links, gehe ich jetzt rechts, gehe ich gerade aus, gehe ich doch wieder zurück. Und das macht einfach ganz viel aus. Das ist wie in einem Dungeon. Irgendwann verliert man sich und wenn man Pech hat, hat man am Ende einen unbesiegbaren Boss. Zudem fühle ich mich sehr unter Druck gesetzt, wenn ich die Mission nicht schaffe, dass das Ende, das ich dann am Ende erlebe, nicht so gut ist. Hier und da hat das Spiel noch seine Schwächen und ist wahrscheinlich noch nicht ganz ausgebalanced. Ist halt auch eine Alpha-Version gewesen, die wir beim Test gehabt haben. Mitte November kommt es raus. Wir haben Bock.